Heihau ihr lieben Leute, bei toller Musik. Oh ja, die ist toll. Geht's los, wenn wir auf Ja drücken. So. Wir sind auf Booty. Wir wollten uns für... Aha, okay. Ich hab grad versehen nicht P gedrückt und ist die Nebentaste, ist ja geil. Ha! Wartet mal. Nee. Oder? Das ist zu nahe liegend. Great shipwrecks of our century. It says here the madmonster shipwrecks of our century. Hm. Okay, gut. Ist also immer noch so. Gut, gut. Dann holen wir uns jetzt das Teil als nächstes. Würde ich mal sagen. So, wir wollen mit dir reden. Hey, yo. Wir haben sechstausend... Trotzdem. Ja, kein Ding. Wir haben sechstausend... Trotzdem. Ich... Nein, ich hab's nicht. Okay, ich hab's euch die 6.000 Stück von 8. Du hast dir selbst ein Schiff. Sind Sie bereit, jetzt zu gehen? Äh, ja. Ich muss zum Frack der Madmonkey. Äh, nein. Ich muss vorhin noch ein paar Dinge klären. Ja, ich bin heiß, um den Wreck der Madmonkey zu finden. Hast du einen Kurs geplant, oder was? Ich kann dir zeigen, wo ich auf dieser Route gehen möchte, die Captain Dread mir gab. Okay. Nee, nach rechts. Hier ist 85. Und hier unten irgendwo muss die 33 sein. Nein! Und hier sind wir. Was jetzt? Äh, ich hab schon größere Schiffe in Flaschen gesehen. Ich tauche mal. Äh, wir haben nämlich die falsche Karte gerade gewählt. Die sind ein Stück zu hoch gewesen. Ich hab größere Schiffe in Botteln gesehen. Haha. Okay. Ich bin zu klein, die Ratten an Bord könnten... Dieses Schiff ist so klein, dass die Ratten ihn humpbacken lassen. Der Typ, der deine Länge schreibt, ist so lustig wie dein Täter. Okay. Lass uns zurück nach Booty Island gehen. Okay. Ich habe eine Träger-Garantie-Policy mit all meinen Charteren. Seitdem du zurückgekehrt kam, können wir wieder raus, frei von Charter. Just let me know, if you want to go. Sehr geil. Ähm... I'm ready to head out again. Okay, show me where you want to go this time. Hier wollen wir nämlich hin. 33 Nord, 85 West. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. Genau. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. Ja, Leute, das geht. 10 Minuten kann er seine Luft anhalten. Äh, ich glaube, in dem Teil war es auch so, dass man wirklich 10 Minuten Zeit hat. Das war im... Ich glaube, allerersten Teil war es auch so. Meint er, ja, wir können ja 10 Minuten die Luft anhalten und da ist man in einer Passage unter Wasser. Wo man halt quasi sich befreien muss, wenn man irgendwie festhängt. Und wenn man das in 10 Minuten nicht schafft, dann, ähm, sagen wir so, ist das Spiel auch zu Ende. Fand ich sehr amüsant. Fand ich sehr amüsant. Ah ja. Es sieht wirklich hart. Ich würde nichts tun, was ihn verdrehen würde. Ich würde nichts tun, was ihn verdrehen würde. Ich würde nichts tun, was ihn verdrehen würde. Was hat der für große Taschen, der Junge? Was hat der für große Taschen, der Junge? Ja, er kann unter Wasser laufen, er ist ein Gott. Ein Anker? Sieht aus wie der Anker von Käthe. Das geht? Ach, tatsächlich. Ich habe den Monke-Head. Wir gehen zurück in Booty Island. Wir haben unseren Fund. Nein, wenn wir nicht... Wie gesagt. Ja, ja, schön für dich. Äh, so. Wir haben jetzt gleich das zweite Kartenteil, Leute. Wir haben das zweite Kartenteil. Oh, yeah. Ja. Well, well, well. Ich dachte nicht, dass jemand das Mad Monkey-Figure-Head bekommen würde. Kann ich das Karten-Pieße jetzt? Ja, das ist dein. Ja, jetzt habe ich zwei Karten-Sekteile. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir wissen ja auch schon, wo das dritte Kartenteil... Warte mal. Ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken. Hier. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh. Okay, ich weiß also, wo wir jetzt das letzte Kartenteil kriegen. Äh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Können wir die kombinieren? Nein. Ähm. Wir müssen erstmal nach Fett. Nach Fett Island. Da... Das kriegen wir... ...ein Kost. Lechuck, Herr. Ich wollte nur sagen, dass wir die neue Torture-Chamber haben. Sehr gut. Sie haben noch etwas anderes zu sagen? Äh... Nein. Äh... Es gibt eine andere kleine Sache. Ich glaube, dass das mit der Gyebrush-Braschung der Gyebrush? Äh... Also... Du hast ihn gefordert, dass du das zweite Gyebrush-Braschung gefunden hast, nicht wahr? Du Fuhl! Du solltest deinem Schiff vorbereiten und selbst nach ihm überlegen. Find ihn! Oder sterbe! Okay, also Largo setzt uns jetzt auf der Spur... ...und will uns jagen... ...und, äh, embargen... ...ne, keine Ahnung. Äh... ...er will uns jagen und gefangen nehmen und... ...foltern und... ...alles... ...und überhaupt. Also, eigentlich wird Chuck, aber... ...Largo ist jetzt auf der Suche nach uns. Okay, gut zu wissen. Also, wir brauchen noch das Kartenteil auf dem Baum, Leute! Und, äh... ...ah, das war ja auf der anderen... ...hier kriegen wir auf jeden Fall wahrscheinlich das letzte hin. Ich meine, es hieß ja, er ist bei Fett irgendwo verschwunden. Wo willst du gehen? ...und, äh, das ist ja so. Okay, gut funktioniert automatisch. Sehr schön. So. Hier haben wir noch den Boden. Das Fenster. Hier oben ist jetzt nichts mehr. Das hatten wir ja schon eingesammelt. Ich guck nur noch mal rum. Sicher ist sicher. So. Das ist der Kug, der meine Mathe hat. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beigt hat. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beigt hat. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beigt hat. Okay, das geht auch nicht. Ähm... 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 Was können wir denn benutzen? Big Whoop. Unclaimed Bonanza, oder... Oops. Das wollte ich nicht. Myth. Okay. Das geht nicht. 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 Mit dem Stock? Mit dem Stock? Oh, schade. Mit dem anderen Stock? Oh, schade. Mit dem anderen Stock? Oh. Das geht nicht. Das geht nicht. Äh... Mist. Mist. Ich stehe schon wieder aufm Schlauch. Mit dem was? Eine Karte? Ich habe keine Use für das. Ach Mist. Es ist eine herzlichen Bootie-Island. Ähm... Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwie... nicht. Ja, gib Kartenstück an. Ja, gib Kartenstück an. So, die beiden haben wir. Das sind hunderte und hunderte von Karten. Ich will sie nicht alle und ich kann nicht sagen, welcher Herr Marley ist. Ich will sie nicht alle und ich kann nicht sagen, welcher Herr Marley ist. Ach verdammt. Was können wir machen? Ich kann das nicht, Vater. Mein Scoutmaster würde mich töten, wenn er mir so ein Knochen haben würde. Ich will nicht das verkleben. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist zu schlau. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, Largo ist aus der Voodoo-Range. Ich glaube, das sollte nicht zu schrauben. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Nicht? Oh Mann! Okay, da benutzen wir die direkt. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich es in der Tür zu nutzen sollte. Ich habe es nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie es zu spielen. Es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das sehr sportlich sein würde. Ich will das nicht zu schrauben. Und ich denke, ich sollte das später sagen. Vielleicht kann ich Elaine empfehlen, wie weit ich spüren kann. Das scheint nicht funktioniert. Ich glaube, ich sollte das nicht machen. Das scheint nicht funktioniert. Okay. Verdammte Axt. Ach, ich hab am besten Willen keine Ahnung, Leute. Ich will sie nicht alle und ich kann nicht sagen, welcher Herr Gouverneur Marley ist. Das ist das Acht, der meine Map verholt hat. Verdammte Axt. Können wir auch nichts mitmachen? Es ist bereits ört. Es ist nichts interessantes da. 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 Ich hab keine Ahnung, wo es jetzt machen können. Wir brauchen auf jeden Fall hiervon noch ein Kartenteil. Und wir haben nichts in der Hand, womit wir das Wasser da oben, diese Pumpe da irgendwie beeinflussen können. Da haben wir auch nichts. Verdammt. Ich steh auf dem Schlauch. Das ist doof. Ich guck mal nochmal zum Haus des Gouverneurs. Der Gouverneurin. Weil hier ist ja nichts. Hier drin gibt's auch, glaub ich, nichts mehr weiter. Hm. Ich würde ja gerne hier kramen. Einfach weil da ein X ist. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ach, hier geht's dann so in den Garten, okay. Weil hier ist halt ein X und... Ah, ich weiß nicht. Wär schon irgendwie naheliegend, oder? Ja. Hier kommen wir auch nur zur Seite des Haus, zur anderen Seite und in die Tür rein. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist ein schönes Gesicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass es für das geplant wurde. Okay, Hund. Du kommst mit mir. Es geht. Jawoll, jawoll. Der Hund hatte doch das Gartenteil erschnüffelt. Von der Gouverneurin. Als wir rausgehen wollten. Der kann uns vielleicht helfen, das jetzt zu kriegen, wenn wir auf den Baum gehen. Krass, da steckt er den Hund ein. Ich glaub's. Ich sollte, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nochmal erwähnen, dass bei der Portion dieses Spiels keine Tiere zu schaden kamen. Nur nochmal. Vorsichtshalber. Ich stelle euch mal vor, ihr müsst das wirklich komplett anklicken. Das wäre ja anstrengend. So. Okay, Doggy. Dann holt's mal. Dann holt's mal. Hallo? Ein kleiner Mannbruch. Gute Junge! Geh jetzt nach Hause. Nun, das ist ein guter Hund. Das macht drei Map-Pieße. Nur eine zu gehen. Es sind hunderte und hunderte Maps. Ich weiss nicht, ob das restliche. Inseln. Die Küste hier. Ist das auch nochmal ein Kreis? Hä? Wartet mal. Hä? Kann nicht sein. Könnte das... Nee, kann nicht sein. Es gäbe aber auch nicht, oder? Nee. Okay. Hier sind wir also auch soweit durch. Hä? Mach das nicht! Wir setzen uns nur das ab, wenn das Fahrrad kommt. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt nochmal das Horn spielen? Feiert in Hongkong. Hm. Vielleicht ist das das Fahrrad. Das sollte es tun. Hallo, wiederum. Sprech auf! Es ist eine Party, das erinnert. Ähm. Hey, alter Mann. Wie geht es darum, den Knopf auszuladen? Wie geht es darum, den Knopf auszuladen? Wie geht es darum, den Knopf auszuladen? Mein Name ist Augustus de Watt. Nicht, alter Mann. Und dieser Knopf ist nur für offiziellen Worte. Worte. Dem scheinen wir auch nichts mehr machen zu können. Hat Stan noch was in seinem Laden? Ich habe jetzt jedenfalls nichts weiter gesehen. Sunken Gallions! Cruises! Hilfe! Ich kann nicht hier raus! Okay! Ein Schuss ist ein Schuss! Jetzt kommt mich hier raus! Öffn den Knopf jetzt! Wer? Ich bin wirklich nahe zu Fulbake. Was ist da drin? Es ist lockt! Ich habe hier raus, aber die verdammte Dinge tun zu gut. Na, wenn ich in einem Koffer hätte, zumindest ist es das Deluxe-Modell. Das scheint nicht funktioniert. Okay. Der Skull-Key? Das scheint nicht funktioniert. Der komische Key? Ich glaube nicht, dass es da funktioniert. Ich bin nicht tot! Ich verliere Worte! Lass mich raus! Ich muss in den Koffer gehen! Ähm... Ich bin da in einem Moment. Okay! Ein Schuss! Ein Schuss! Nein! Geh mich raus! Na gut... Wenn ich in einem Koffer hätte hätte, dann wäre es ein Deluxe-Modell. Hilfe! Hm... Es ist wirklich ziemlich ruhig hier. Sunken Gallions! Cruises! Sunken Gallions! Huh... Was können wir denn jetzt noch tun, Leute? Ich... Ah... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr... Mehr als... Deep within Lechuk's Fortress, bla 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 bla... Haha... Largo! Ja, du... Ich hab mich gebetet? Ist es wahr, dass Guybrush Threepwood seine 3e Schuss gefunden hat, die 3e Schuss des Magen zu Big Whoop? Ah... Ja, Herr. Ich habe... Warum hast du nicht gesagt, dass du selbst nicht gekommen bist? Na gut... Ich versuche mich zu sagen, dass er wirklich... Largo, du bist mein vertrautiger Henchman für viele Jahre, aber ich werde nicht behaupten, dass du deine Entrennungen von hinter meinem Schiff drücken, wenn du mir nicht Geibrush bringst, bevor er diese Druck findet! Da ist der Zimmerman, da haben wir Holzbeine, einen Kalender, keine Nägel mehr, einen Stuhl, eine Arbeitsplatte und einer, der was zu tun hat. Aber nichts weiter zu tun. Hier unten noch was drin? Metronomen, Barkeeper... Ich find's auch lustig, wie der Affe ein Remake vom T-T-Song spielt. Hey, nicht den Monke! Schade. Jetzt wird's ja auch mit ihm ben... Oh, man... Okay. Gibt's also auch nichts mehr. Gibt's hier hinten noch was? Vielleicht mit dem Reden, mit den Leuten Reden da? Ach, ich steh' verdammt gerade aufm Schlauch! Oh, das wär'n ganzes Holzbein. Oh, das wär'n ganzes Holzbein. Ich red' trotzdem mal mit denen. Hey, Leute! Wir werden starten. Juhu! Hey, Leute! Yo! Juhu! 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 Entschuldigung. Ja. Die Käsereste, eine Glöcke, eine Gästebüch, eine Träpie, eine Trüöhr, wenn er jetzt sagt, I have to open it before I use it. Okay, gut. So, hier ist nichts. Hier sind wir in seinem Bett. Ich habe vor Kopfnachttisch. Auch nix. Jetzt können wir wieder aufmachen und rausgehen. Ach, verdammt. Ja, die Folge geht schon um einiges länger. Ich weiß. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wo ist denn dieser Gegenstand, den wir dafür brauchen? Wir können es auf jeden Fall nicht per Hand machen. Das steht fest. Wir brauchen dafür irgendeinen Gegenstand, aber ich weiß nicht, wo wir den herbekommen. Hm. Ne, ist auch nicht die Form. So ein Friedhof. Hier haben wir nix mehr. Strand hätten wir auch noch. Ach, Leute, ich weiß es nicht. Wir bleiben mal kurz hier. Dann kann ich hier die Folge beenden. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out. Euer Raccoon's gameplay. Und ciao. So. So.